Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Kommt eine Ehefrau am Abend nach Hause, beide Hände im Rücken, schmerzverzerrtes Gesicht und sagt zu ihrem Ehemann, ich hab solche Stechen im Rücken, es ist kaum auszuhalten. Da sagt der fürsorgliche Ehemann, also ein Hexenschuss kann es nicht sein, weil die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Hessens Next Topwitz in Guten Morgen Hessen. Jetzt mitvoten bei FFH im Web und in der App.